Wo man sein Auto warten lässt, ist Vertrauenssache. In der Fachwerkstatt der Familie Dürrmann in Barleben weiß man das und setzt auf das Qualitätsmanagement der Werkstattkette AutoCheck. In der Werkstatt mit ihren drei Hebebühnen arbeitet Handwerksmeister Ulrich Dürrmann zusammen mit zwei Mitarbeitern, markenübergreifend an den Fahrzeugen der Kundschaft. Diesmal stehen ein Hyundai und ein Citroën auf den Hebebühnen und draußen warten noch Opel, VW und Mercedes auf sachkundige Hände. Zum fünften Mal in Folge hat AutoCheck Dürrmann die Qualitätsbezeichnung Werkstatt des Vertrauens erringen können. Wir beteiligen uns seit 1999 an dem Wettbewerb Werkstatt des Vertrauens. Den Titel konnten wir auch das fünfte Mal hintereinander gewinnen. Der Kunde muss zufrieden sein und kann das über einen Auswertenblock dokumentieren. Dann kann diese Aussage, die er macht oder diese schriftliche Aussage, kann er bei uns abgeben oder er kann die auch direkt zur Zentrale schicken. Und die Stimmen werden gesammelt. Und wenn dann genug Stimmen und auch die Kunden mit uns zufrieden sind, bekommen wir die Genehmigung, den Titel Werkstatt des Vertrauens zu führen. Und die Umfragen für das laufende Jahr sind schon wieder im vollen Gange. Bei AutoCheck im Barleben will man seinen Titel gerne verteidigen. Dazu braucht man gute Fachleute und Ulrich Dürrmann setzt dabei ganz auf die eigene Ausbildung. Also wir haben jetzt den dritten Lehrling ausgebildet und wir setzen auch auf junge Leute und Nachwuchs. Und die Leute können wir in der Form für den einen Betrieb so, dass sie auch wunderbar reinpassen. Und den letzten Lehrling haben wir auch übernommen. Also wenn Sie ein Problem mit Ihrem Wagen haben, wenden Sie sich an die anderen Mitglieder der Familie Dürrmann und vertrauen Sie Ihr Fahrzeug den Fachleuten in der AutoCheck-Werkstatt in Barleben an. Und wenn Sie dann zufrieden sind, sagen Sie es bitte weiter.